Hallo und Willkommen zu einem neuen Video, weil wir spielen heute VR und jetzt sind wir in VR-Chat drin. Onkel Ben! Ich bin Zeller Glas, der Erik ist Spider-Man, der noch voll in Form ist. Onkel Ben! Super! Ja, ich bin langweilig! Yeah, Onkel Ben! Ich bin langweilig! Yeah, Onkel Ben! Ja, Onkel Ben! Ich will mitfahren! Onkel Ben! Ich halte doch! Onkel Ben! Warte mal! Ist das Fabel reichlich bei mir? So, jetzt! Jetzt bin ich... Oh, Onkel Ben! Onkel Ben! Ähm, ähm, ähm... Hilfe! 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 Ich spüre meine Beine nicht mehr! Hilfe! Hilfe! Ich habe das glaube ich allerdings! Hä, wo bin ich hier? Ich bin in der Spiegelwelt! Ich bin in der Spiegelwelt! Ich weiß nicht... Okay, Ben! Okay, Ben! Okay, Ben! Hä? Wie, siehst du den Spiegel nicht? Ich seh keinen Spiegel! Hä? Ich seh auch keinen Spiegel! Ich seh auch keinen Spiegel! Hier auf den Knopf, auf den rechten! Okay! Warte mal, ich mach mal kurz... Ich wechsle mal kurz Avatar! Oh Gott! Das ist echt ein Spiegel! Okay, dann kann man uns ja zugucken, wenn wir jetzt ins Becht gehen! Gah! So, warte! Gah! Geht das? Geht das? Geht das? Ich wechsle kurz Avatar! Was machst du? Weil ich mich nicht bewegen kann! Oh nein! Oh nein! Oh nein, der ist kaputt glaube ich, ne? Was ist jetzt los? Hä? Ich glaub, der Avatar ist kaputt, der fängt immer wieder an zu spielen! Yeah! Ja, irgendwie schon! Ja, ne? Guck mal, guck mal, die kleine Flasche! Dreh dich mal um! Dreh dich mal um! Guck mal, wo es leichte Säufer ist! Ja! Geht das? Warte! Geht das? Geht das? Lalalalalalalalala La-la-lai-la-la Geht das? Ich muss leider wechseln, wär's glaub ich! Alkelinkelingkeругlingkeugd PI ils kommt nehmen in dann! Uhhhhhhh! Alter, ich komm gar nicht mehr aus! Oh, von hier unten kann ich ja voll in den Rohr gucken, geil! Juhu! Warte, ich will aufsehen! Oh! Da haste, guck mal! Ja! Bin ich jetzt wieder... Oh, ich bin wieder... Äh... Was denn? Ja, endlich! Hat das geladen? Warte, ich kann das auch testen, wenn du möchtest! Ja, mach mal, mach mal! So, so, ja, ja, oh, ja! Ja, ist ganz gut! So, warte! Das sitzt alles! Ja, ganz toll! Ja! Jetzt hab ich voll... Hallo! Hallo! Oh, wie schön süß! Du bist ja süßer! Oh Gott, du bist so eine süße Trap! Warte mal, warte mal, warte mal! Warte mal, warte mal! Warte mal, kann ich... Warte mal, kann ich... Warte mal, kann ich... Hey, warum hast du jetzt ne Pfanne in der Hand? Warte, warte! Niemand weiß es! Kann ich jetzt... Huch! Äh... Hä? Warte! Ich mach mir jetzt ein Omelette! Meine Brüste! Nein! Ich liebe dich! Hallo! So! Löffst du los? Ja! Ja, ja, hallo! Geh mir einen Kuss! Einen Kuss! Oh! Das ist so schräg. Hey Curry. Hey Curry. Mein Zitter ist heute irgendwie so dumm. Die Tiefe. Oh nein, Curry hat einen Riss. Curry hat einen Riss im Glas. Nein, 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 nein. Nein, Curry, nein. Warum? Warum Curry? Nein. Du bist, du Schwein. Ich würde sagen, habt ihr Bock, was zu machen? Irgendwie für den Ewig der Ewig ist... Hey, wo bist du hin? Der Ewig möchte auch heute Karussell fahren. Das ist alles werbefreundlich. Mein Auge ist komisch. Was steht denn hier bei mir auf dem Arm? Ich glaube, es ist... Warte mal, kannst du mal den... Ich sehe deinen Arm. Ich werde die ganze Zeit übersehen. Mitschmörder steht da. Ach, Mitschmörder. Hallo Mitschmörder. Ich werde übersehen. Nein. Doch, du läufst die ganze Zeit über mich drüber. Nein, das ist alles alt. Ihr seid so klein. Hast du alles okay? Ja, ich teste... Ja, das ist eine Hand. Oh, guck mal, man ist viel größer als deine. Du hast einen Riesen- Arschloch. Du hast Bärenhände. Ja, habe ich. Oh. Das ist... Wir empfehlen eine ganz schräge... Ich bin Nutella. Ja. Boah, warte, da will ich mich tauschen. Bleib mal da, Curry. Bleib mal da. Hey. Bleib mal da. Oh, oh. Was ist denn hier los, Alter? Oh, oh. Warte. So. Wo bist du, Cookie? Alter, warte, warte, warte. Alter. Das ist bescheuert. Was ist das für... Was macht denn der... Was kann ich mit dem Bildschirm hier machen? Das ist sicher... Das fliegt hier überall rum, Pan. Ja, Mann, ey. Was kann ich mit dem Bildschirm hier machen? Wo? Hallo. Mit dem Bildschirm kannst du andere Musik machen. Ja, stimmt. Wo ist Tobi eigentlich? Gibt es hier eine Flur-Map? Was ist jetzt passiert? Oh, ich habe die Musik gewechselt. Oh, cool, ey. Voll romantisch. Willst du auch was malen? Kleines Nutella-Gas? Oder will jemand von euch was malen? Ja, ich will auch was malen mit dem Stift. Da ist der Stift. Einfach den Stift festhalten mit dem unteren Trigger und dann oben mit dem malst du. Da sind aber noch mehr Stifte, ganz viele. Ah. Du hast falsch rum gemalt, das ist das Problem. Ich kann es voll sehen. Tobi, wo wel... Tobi. 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 Tobi, wo bist du? Oh, das ist so süß. Hab ich gemalt, hab ich gemalt. Ich hab sie ganz toll gemacht. Ganz toll. Oh, was macht er denn? Äh, sie. Ähm. Hallo. Wieso hatte ich gerade ein Bein in der Hand? Meine Tochter. Nicht meine Tochter. Ich hatte gerade ein Bein in der Hand. Hab ich gemalt. Hab ich gemalt. Das ist ein von deinen Extradingern. Hab ich gemalt. Hast... Ähm. Okay. Hab ich gemalt. Das ist ganz furchtbar hier. Das ist ganz furchtbar. Böse. Was ist das? Ich kenn das gar nicht. Ich kenn das gar nicht. Mama, was ist ein Pimmel? Ich weiß nicht, aber ich hab noch was für dich. Warte. Ich mach mir jetzt ein Auto, Alter. Warte. Oh nein, nein. Bitte nicht. Nein. Nein. Ich weiß genau, was kommt. Das ist der Zimt. Äh, was ist das denn? Nein, nein, nein. Komm mal her. Äh, äh. Ich bin ein heißer Anime-Boy. Ich will davon nicht... Klar, hier zu treppen. Nein, ich mach mir jetzt ein Auto. Nein, ich bin echt... Hm. Ich mach mir ein Auto, geh weg. Mein Auto. Das ist jetzt mein Auto. Ich bin verheiratet mit meinem Zeigefinger. Ich hab ein Cabrio, lass mir alle Ruhe. Was? Ich hab ein Cabriolet. Was? Was? Oh, er malt sich ein Auto. Ich hab ein Lenkrad. Mip, mip. Mip. Du bist so bescheuert, ey. Los, Curry, fahr mal los. Bitte an der Anlage. Fahr mal los. Ja, warte, ich mach kurz Radio an. Aska. Bup. 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 Okay. Habt ihr vielleicht... Habt ihr vielleicht... Jandere Charaktere sind immer am besten. Äh. Habt ihr Bock zu bowlen? Oder wollt... Oder wo wollt ihr? Ist mir scheißegal. Freizeitpark! Wir können auch zum Freizeitpark! Freizeitpark! Freizeitpark, Freizeitpark, Freizeitpark! Freizeitpark, Freizeitpark, Freizeitpark! Geben wir jetzt in den Freizeitpark? Ja, ich muss das doch erstmal kurz anmachen. hallo dann schraub deinen deckel auf ich kann das portal nicht setzen wir müssen mal darüber Freizeitpark! 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 Warten wir noch auf den Kopf. Der Curry ist schon da. Freizeitpark! 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 Komm mal bei die Mama! Ich will Popcorn! Ich will die Achterbahn! Ja Popcorn erstmal! Ich will Popcorn! Ihr könnt ihr euch umsonst da rausnehmen! Popcorn! Das ist schon alt! Machst du uns Neues? Gott ist das nicht! Was? Warte, ich gebe... Ich komme nicht ran! Schwester Erik, kannst du mir was rausholen? Mein Arm geht da nicht rein! Warte mal! Warte, du musst den Deckel glaube ich nochmal aufmachen! Ich komme da gar nicht ran! Das ist gar kein... Warte! Will jemand vorhin noch ne Cola? Hier, hier, warte hier! Hier! Hier, Popcorn! Achso, was willst du? Popcorn oder Cola? Ich könnte euch die teilen, wir haben nicht so viel Geld dabei! Gib mir auch nen Schluck! Das ist voll geil aus! Oh, geil! Oh, geil! Der verschmutzt die Umwelt! Das ist Fun, das holt sich doch niemand! Ja, aber da vorne ist ein Lülleimer! Aber das ist Fun! Freizeitpark! 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 Ich komm nicht dran, hier ist irgendwas! Was ist denn das? Mein Stuhl? Ich komm nicht ran! Ich komm nicht ran! Ich komm nicht ran! Komm, wir gucken jetzt mal hier! Du bist doof! Du bist doof! Okay, ganz kurz! Da vorne sind Tassen zum Fahren, da hinten ist ein Freefall Tower, der dreht sich! Da ist ne Schaukel! Womit wollt ihr fahren? Tassen fahren! 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 Ja! 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 Hilfe! Tassen fahren! 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 Hilfe! Ich häng' fest! Wir wollen ja heute noch ein bisschen aufnehmen! sobald euch schlecht wird und dass wir nach einer sekunde passieren drückt den vorwärtskopf und gehen nach draußen ja ich komme ja mal okay wir gehen hier rein wie geht man da rein ich weiß es nicht einfach reingehen und setzen ja warte der läuft immer rum springen springen dann müssen wir woanders mitfahren der curry ist ganz klein der kann gar nicht mit fahren das ist aber scheiße das bin ich jetzt aber diskriminiert hier oder kann man nicht mehr kann man nur in einer tasse nur alleine sitzen ich kann auch sein kannst du dich auch hinterher nicht hinsetzen hier ja das klasse wahrscheinlich nur eine freizeitpark freizeitpark hört ihr mich noch wie zum freefall tower ich höre das doch ihr wollt mich jetzt doch alleine lassen ich glaube die wollen mich alleine lassen hallo ich kenne mich hier nicht aus ich weiß nicht wo ich hin muss zum freefall tower wir gehen fahren kommt warum fahren wir nicht mit den tassen ging das nicht nein es ging nicht da kann ja nur einer drin sitzen und ich will euch zugucken ach so ja 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 ich glaube ich ja kari er ist so weit und es ist noch mal das muss ich rutsche durch das nicht ich konnte aber ganz kurz die aufnahme ist echt gefährdet nur kurz und dann geht wieder raus ich fahre bis ja ja wir sind bereit das war eine gute idee das war richtig gute idee ist das widerlich die augen zu macht geht es die augen zu macht geht es mein bestes vorher erlebnis mit augen zu ich will nicht mehr kuri ich will nicht Was machst du denn da? Hilfe! Da bin ich in Gefallen, ich weiß nicht mehr. Hä? Bist du rausgegangen? Harry! Harry, wo bist du? Hilfe! Lass mich nicht allein! Freitag Park! Ich komme hier nicht raus. Oh Gott, oh Gott, ist mir schlecht. Alter, ist das übel. Alter, ist das übel. Alter, ist das übel. Hilfe! Ich komme hier nicht raus. Ich weiß nicht, wie man hier... Oh, Alter. Alter, Alter, was übel. Du hast mich allein gelassen. Schwein. Ich bin rausgeflogen, der Bögel war nicht richtig zu. Alter, der Bögel war nicht richtig zu. Alter, Mann, das ist fies. Wie geht's? Soll man eine Pause machen? Äh, nee. Oh, ah. Hu. Freizeitpark, Freizeitpark, Freizeitpark. Erich, wir sollten mal auf das Ding gehen. Nein, der sollte nicht so weit raufkommen. Ja, was wir machen? Freizeitpark! Ja, komm, komm, Freizeitpark! Es kommt noch nicht rein! freizeitpark 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 habt ihr denn was zu trinken am pc? ein ticket bitte also warte mal einen moment ja im moment ja? ich hätte gern ein ticket und für meinen kleinen bruder und für meinen kleinen bruder auch noch eins ich bin 1,90 ich bin 1,90 groß du bist nicht 1,90 ich bin 1,90 wie alt bist du? ich bin 2 m ich bin 35 ist ja alles falsch ich bin 2 m kann dein bruder mal ich seh deinen bruder nicht hier ist mein bruder ok warte aber auf eure verantwortung ja? ja mein bruder ist 2 m ja warte 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 kurz hier hier ist die leiter ein moment ja im moment moment ihr seid noch klein ja? na ja 1,90 dankeschön ein ticket dankeschön hier ist das andere ticket hier schnallt euch an ist gefährlich und wenn euch schlecht ist markiert nicht den dicken und springt raus nein wo gehen wir hin? doch ich weiß nicht ich komme zu dir in die mitte in die mitte ok wie kommt man da hin? ok setz dich du musst da hin zeigen es ist neu es ist neue technik aber ich hä? ah jetzt sit so ja ich auch oh mein gott hiiii freizeitpark 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 ich bereue das schon jetzt oh Gott ich habe irgendwie Angst ja ja warum tickets sind gefailt tschüss oh Gott oh mein Gott was? 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 oh Gott alter oh Gott nein oh Gott meine Füße alter alter ich kann gar nicht gerade stehen alter was ist das ich gehe gleich oben ich gehe gleich oben ich gehe gleich oben ich gehe gleich oben alter oh Gott alter oh Gott oh alter alter oh nein alter meine Beine sind voll am wackeln grade was ist das alter oh 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 alter 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 ist das furchtbar das ist so furchtbar Freizeitpark freizeitpark ich muss raus ich muss raus ich muss raus nnnnnnnnnnnnnn Oh, was ist das? Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Lass rausgehen, lass rausgehen, lass rausgehen. Ich kann nicht mehr, oh Gott. Oh, oh, oh. Alter, Alter, das ist so furchtbar. Das ist echt furchtbar. Das will ich... Oh, da kann ich... Oh nein, nein, es tut mir leid. Es tut mir leid. Alter, was war das? Alter, war das furchtbar. Alter. Ich halte sie an. Sie verkaufen Tickets an Minderjährigen. Ich bin nur vier, dritte Meter groß. Ich schließe den Park. Nein, ich schließe den Park. Ich schließe den Park. Komm, ihr geht. Komm, ihr geht dem hinterher. Freizeitpark, Freizeitpark. So. Wollt ihr eine Pause machen? Hä? Der Spaß fängt erst an. Nein, fängt er nicht. Was ist das da? Was ist das da hinten? Was denn? Das ist der Park, wo wir nicht mehr draufgehen werden. Das spannen wir uns mit Tobi auf. Freizeitpark, 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 Freizeitpark. Warte, ein Ticket bitte. Wir haben noch keine Tickets. Wir haben noch keine Tickets. Ich bin vier Meter groß. Ich darf rein. Wollt ihr noch? Ich bin 500 Jahre alt. Wollt ihr denn? Wollt ihr denn noch? Warte kurz. Ich stehe schon wieder voll verkehrt. Wollt ihr denn noch andere Welten sehen lieber? Wir können uns doch noch aufsparen. Ja, aber hier. Vier Meter groß. 500 Jahre alt. Ich sehe dein Bruder nicht. Ja, ich sehe sie gerade. Der ist sehr groß. Den sieht man nicht sofort. Ach. Nee, da braucht der gar nicht böse zu gucken. Ich gucke jetzt das so. Gott, was machen die? Ich weiß nicht. Wir wollen nur Tickets. So, die Scheiße. Wir sind schon sehr alt. So, damit er mal klar ist. Okay, was sollt ihr jetzt mal? Ja, sehr gut, sehr gut. Scheiße, wie geht das? Wie geht das? Warte, warte, warte. Ich gucke mal. Wie geht das? Warte, warte, warte. Ich komme noch nicht ran. Ja, ja, ja. Es geht los. Ja, ja, ja. Alles klar. Let's go. Tschüss. Tschüss. Lass mal zugucken erst mal. Lass mal erst mal zugucken. Tschüss. Das wird super. Ja, das geht doch. Das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, pass mal auf. Wie cool das ist. Ich dachte, das ist eine Achterbahn. Ja, das ist eine Achterbahn. Nee. Hä? Hä? Was? Ich kann nicht. Freizeitpark. Freizeitpark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ich möchte mich fahren. Ja, lass mal reingehen. Lass mal reingehen. Das geht doch gar nicht. Aber nur kurz, nur kurz. Das ist doch gar nicht möglich. Mach mal das aus. Warte, geht das? Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Hallo, Freizeitparkfrau, machen Sie das aus jetzt. Los. Du warst gar nicht so böse zu kommen, hier. Ich öffne gleich meinen Deckel. Dann, dann. Hä? Ist das aus? Ähm, störe ich euch gerade? Nee, noch nicht. Ich bin keine Toilette. Ähm. Erik. Ja? Die Frau hat mich als Toilette benutzt. Oh. Hat sie wenigstens voll den Deckel aufgemacht, nicht wie die anderen? Das, das ist, das ist gar kein Nutella. Ähm. Höre, ich kenne diese Frau gar nicht. Die arbeitet im Freizeitpark. Die sind so süß hier. Was sind sie denn für eine perverse Sau? Äh. Ich rufe die Polizei. Ich rufe die Polizei. Wieso geht das nicht mehr aus? Ihr habt mich hier... Wieso geht das nicht mehr aus? Ja, das dauert. Der fährt halt da jetzt seine Runde. Ah, okay. Kann man da reinspringen? Du kannst versuchen. Der Curry wird Probleme haben. Der Curry ist drinnen. Aber wie? Er hat er die ganze Zeit wahrscheinlich gedacht. Er ist so doof, ey. Ich komme da gar nicht dran. Ja, ich weiß nicht. Ja, du musst dich, glaube ich, genau da runterstellen und dann... Ja, du musst dich hier genau da runterstellen. Hier, da, wo ich stehe. Und dann nach oben und dann genau auf die drauf zeigen. Wo ist die Kamera denn jetzt? Du merkst doch, das Vibrieren immer. Eben ging es kurz. Oder der arme Curry, ey. Aber ich würde es nicht machen. Ah, es ist auch gleich vorbei. Juhu! Ähm, hä? Hä? Oh Gott, 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 oh Gott. Was geht aber? So, ich suche uns jetzt auch mal eine neue Welt. Oh, das war eine aufregende Fahrt. Das war von aufregend. Ich glaube, ich habe was Schönes. Ähm, worauf habe ich Lust auf was Schönes? Freizeitpark, Freizeitpark. Oder was? Nee, ich habe was, okay? Ich habe was, einen Moment. Ich bin gar nicht da. Ich bin tot geschwitzt. So, du bist da. Ich bin gar nicht da. Oh mein Gott, diese Beine... Da bin ich wieder. So süß, dass ich echt ein frische Milcheinschuss setze. Da warte ich. Wo ist denn Curry? Freizeitpark, Freizeitpark, Freizeitpark. Was macht denn der Curry? Curry, guck deinen Schlüpper an. Ah! Nein, mache ich gar nicht. Ich stimme gar nicht. Schwein, Schwein. Ich kriege die Pfanne nicht mehr los. Ich muss mal eben was trinken. So, ich habe es gleich, Moment. Ja. Ich muss was trinken. Ich muss was trinken. Ich werde die Pfanne nicht mehr los. Wir fahren nicht mehr. Ja, dann geht gleich wieder weg. Kannst du kurz aus dem Weg gehen, damit ich das Portal droppen kann? Freizeitpark. Curry, du auch einmal aus dem Weg gehen? Ich trinke gerade. Entschuldigung. Warte. So. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an. So, Tim! Was? Ähm. Ähm. Die PT-Welt. Hey, ich mache hier gerade meine Linsen beschlagen immer. Ich bin heute sehr am schwitzen, weil ich so nervös bin. Dann ist doch Erbsen. Ich kenne sie nicht. Was? Peppa! Nein, geh weg! Geh weg! Kann ich auf deinen Schoß? Ich will auf deinen Schoß! Komm hoch! Ich kann dich leider nicht hochheben. Meine Beine sind... Meine Arme sind... Warte, ich setz mich einfach hier hin. So. Oh! 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 Wie das quietscht, Alter! Wie das quietscht, Alter! Wie das quietscht, Alter! Wie das quietscht, Alter! Uncle Ben!